... vom Home Terminal, nutzen zwar rot und man kürt sich das Trunk von 2.2 mit dem Laser. Kursung, macht weiter zu. Direkter Treffer. Hier wie bald, jetzt verzieht sich noch ein Eger auf die Startbahn zu. Nicht schlecht. Ach, das waren nur 2, ich dachte, das waren 3. Bei den drinnen habe ich es gar nicht gesehen. Hey. Schlag 46, haltet euch angriffsbar, sobald das Ziel bestätigt ist. Roger. Okay, Hockins, macht dich bereit für den Dauerbeschutz. Reeper 1, Heavy 2-1-2. Ein einzelnes Flugzeug leert sich mit geringer Geschwindigkeit von Süden. Höhe 5-0-Quo. Ihr seht es. Verstanden, das ist ein Helikopter. Stand unterwegs zu den Fahrzeugen. Verstanden, ihr habt 4-6 auf Station. 4-6, hier in die Bahn. Sie müssen aufsteigen, damit ihr wissen, ob es unser Ziel ist. Halten euch angriffsbereit. Verstanden. Pult am 3-3. Wir markieren per Laser für Dauerbeschuss. Verstanden? Haben verstanden, wir kommen jetzt zu euch. Definitiv PLA. Ihr habt Angriffsfreigabe. Wiederholen, Angriffsfreigabe. Und hier das Gebiet. 3-3 ist in Bereitschaft. 3-3. Shit. Untertitelung des ZDF Schark 4-6 zieht sich aus dem Zielgebiet zurück. Verstanden, geht auf Kurs 040. Achtet auf Verkehr, wenn es anfängt lang zu werden. 212 out. Schark 4-6, ihr nähert euch dem Gleitweg. Seitepass ab. Kurskorrektur auf drei Meilen. Schark 4-6, zwei Meilen ab. Schark 4-6, Haken ist raus, sieht gut aus. Schark 4-6, auf Gleitweg. Ab grünes Licht. Ich seh das Licht. Bringen Sie jetzt runter. 20 Knoten auf Licht, 8. 800. 750. 600. 500. 500. Direkt aufs Licht zu, bringen Sie runter. Mission Operation Giotino. Okay, Giotino. Das ist ein bisschen wie ein bisschen, wenn Sie das mit mir zu tun haben. Soll ich Ihnen aufzeichnen, was? Al-Baschir war überhaupt nicht dort, deshalb sind wir hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran und in der Stadt. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Baschir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sage ich... Ich würde Sie gar was fragen. Al-Baschir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn so aufpassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und wir haben auch keine Ahnung, wie Ihr Befehl zappelt. Das ist hier schon. Lecken Sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treppen. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte ist. Sie sind nicht die Homes aus ihm rauszuprügeln. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen und zwar streng nach Post. Na schön. Erzählen Sie uns wie Sie die Bombe entehran. Ja, die Story wird ja jetzt immer breiter und so gemacht. Okay. Ganz schön große Stadt. Allerdings. Noch keine Waffenlaster. Nee. Die Bühne schicksalsmalen langsam. Ich höre. Ich höre. Euer erstes Einsatzziel ist der Kulschir-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Da ist Tame-Maker. Los geht's. Alle Missfiltkennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Verstanden. Blechbar. Nimm den Maser. Los. 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 Das war's für heute. Was für ein Entfangungskomitee, ey. Ach, wenn du willst. Ich schieße jetzt! 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 Komm leute! Hey, hei, hei, hei! Kommt her da einfach mal rausgeschm... Ah, das hört sich auch nicht gut an, ne? Ihr könnt die Tür gerne aufmachen. Ja, nicht. Ich bewege mich doch. Ich möchte mich auch nicht machen. Ach, ich darf die Tür aufmachen. Nett. Ja, komm. Ach, die darf ich jetzt aufmachen. Yay. Wie? Ich hab... Habt ihr das gesehen? Ich ziel zweimal und... Ist hier jetzt grad durch die... Yo! Der ist durch die Wand geglitscht. Hab ich gerade in Aufnahme gesehen. Wie geil ist dat denn? Glitsch der eine... Ja, haut rein. Ich bin jetzt weg. Bam. Bam. Schön, dass die da auch so zufälligerweise stehen, auch, ne? Ne? Also ein klein bisschen unlogisch, würde ich jetzt sagen. Aber gut. Wir streiten uns hier nicht um Logik, sonst würden wir ja... Puh, da würden wir aber ganz schön viel reden müssen. Naja, Gott. Ach, das war jetzt die Mission Ende, ne? Ah, super. Okay, ich nehm alles zurück. Es ist anscheinend immer noch nicht vorbei. Ja, gut. War auch ein bisschen kurz. Scheiße. Ich weiß, wie das aussieht. Ich weiß, wie das aussieht. Der Feind erwartet doch gerade von uns, dass von den Mitleid ausweichen. Wir können Sie nicht überraschen, wenn Sie abwarten. Wir müssen die Initiative ergreifen. Ich habe mich gerade zugestimmt, da war der Digital zu beraten. Warum erschießen wir uns nicht selbst und nehmen Ihnen die Arbeit ab? Ich kann nicht mit der Keurig noch nicht die nötige Aggressionsschätzung sein. Ich kann weiter. Nichts. Scheiße. Wo ist der hin? Da stand bei 1-3. Umkehren nicht nötig. Wir schieben die Karre aus dem Weg. Aus. Du hast es gehört. Halt an. histót. Grüße. 입 año. Du hast das franc 경찰 ausgesinnt. Abschiekt trut.